Hi Leute! Ja, da die, die das Tauschpaket gewonnen hat vor ein paar Tagen, jetzt leider doch nicht darf, ähm, verlose ich das Tauschpaket jetzt noch einmal an einen anderen, wer darf. Und, ja, das heißt, ihr könnt jetzt auf eine neue Chance, ich drück euch die Daumen, ähm, könnt ihr jetzt gewinnen. Und zwar, was ihr dafür braucht, ist erstens, was ich sehr schön finde, fände, wenn ihr ein Video dafür dreht, ähm, wenn ihr das auspackt, dann einfach auf eurem YouTube-Kanal tut, und, ja, damit ich mir das dann auch angucken kann, so, und ob ihr euch darüber gefreut habt und so. Und, ja, also, als erstes, was ihr dafür haben müsst oder tun müsst, ist ein Abonnent von mir sein, da das ein Abonnenten-Special ist. Wenn ihr noch kein Abonnent von mir seid, abonniert mich doch einfach jetzt und dann könnt ihr mitmachen. Einen netten, zweitens, einen netten Kommentar in die Komi schreiben und welche Tiere und wie viele Tiere ihr habt. Dazu und wie die heißen vielleicht. Ähm, aber muss nicht sein, wie die heißen, aber wenn ihr wollt. Und, ja, und vielleicht ein Video drehen, fände ich ganz schön. Also, nochmal von vorne. Ein Abonnent von mir sein, wenn ihr noch keiner seid. Einfach jetzt abonnieren. Einen netten Kommentar in den Komi schreiben. Wie viele Tiere ihr habt. Ähm, was für Tiere ihr habt. Vielleicht die Namen. Wenn ihr wollt. Weiß ich was, irgendwas. Und dann vielleicht auch ein Video darüber drehen, fände ich ganz schön von meiner Seite aus. Und, ja, das sind die Bedingungen. Und ich hoffe, ihr meldet euch und schreibt schön viel in die Kommentare. Und, ja, diese Verlosung, die Auslosung kommt entweder am 29.03. oder am 29.03. oder am 30.03. Ja, ich würde gerne, dass ihr euch, ähm, schnell, also, dass ihr da schnell reinschreibt. Aber bitte fragt eure Eltern noch, also, wenn ihr, ne, wenn ihr noch jung seid, dann fragt eure Eltern, ob ihr das auch wirklich dürft. Und, ja, dann würde ich sagen, hoffentlich schreibt ihr in die Kommis und bis dann! Ciao, ciao!